Was ist das? Es gibt Schuppe her, dann haben wir wieder mal eine Linsensuppe. Wir reden vom Laub, die da ich jetzt mal probieren, wenn man das schon mal schon angedeckt. Hier mache ich jetzt den Abendfertig und das können wir da. Ich gehe mal auf dem Baden machen, hier die Tomaten. Vielen Dank.